Okay, du darfst raten, ich will mir noch fehlen. Zwei oder so. Zwei hundert... ...einundfünfzig. Ja, sag ich doch, zwei. Zwei. Shit. Ja, ich war mit Drake zusammen. Oh, jetzt kommst du. SZA. Sebastian Marius Götze. 2009. Zehn Millionen durch TikTok. SZA. SZA. Götze. Ja, SZA hat Götze. Ja, SZA. Under the Rips. Aber Dario, wir spielen seit drei Stunden und ich musste noch nicht einmal Neustart. Okay, true, keine Serverprobleme oder was? Drei Stunden spielen schon. Jesus Christ, tatsächlich. Ja, also mit dem Essen, mit der Essenspurse. Na ja, true. Zweieinhalb oder so. Ah, das ist das. Das ist insane. Das ist insane, Mr. M. Insane, Mr. M. Sagst du, die Serverprobleme sind gefixt bis morgen? Ja, Crossplay. Crossplay. Crossplay-Server wurden aktiviert. Die Konsoleros werden halt so auf die Fresse bekommen. Oh, nee. Ja, aber ich hab keine Waffe. Oh, ich bin gescannt. Gibt's ein. Na, komm her. Ach, er ist draußen. Er ist nicht draußen. Oh, wacht auf. Fuck is it? Where did he come from? Hinter mir. Da ist auch noch einer. Bitte sag mir, der hat eine Ammo. Ich meine, ja, aber die ist leer. Ah! Da. Okay. Ich muss nachlaufen! Ach, ich hinter. Ja? Ja? Unten, a peek-cleater. Hab ich verarscht. Unten drin. Hab ich verarscht. Zwei jetzt, zwei. Der andere auch. Okay, 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 okay. Faker, oder was? Okay, oder was? Who are you? Götze? Fuck yeah, ich bin Götze, alter. Oh, nee. Let's move it, man. Es gibt keine Waffe, und das ist jetzt ein Fakt, die stärker ist als Prowler im Early Game. Wenn die kein, also ohne Helm, die sind 2 Burst, 2 bis 3 Burst sind die down, Mann. Ja, das ist das halt insane. Hier ist ein Barrel. Alter, ich hab den Paarfeind da richtig verarscht. Er dachte, ich peek noch einmal. Als er gepiekt hat, bin ich einfach oben rum. Hammer points. Not happening. Not happening. Nein. Ich brauche einen Mundi. I need a goddamn Wingman. I mean, ich hab eine, aber... Oh, Mr. Bot. Alter, willst du eine Devo? I mean, ich hab ne Havoc. Von daher, ja, ich schrub auf. Und hier nochmal 40 davon. Und willst du Schild zellen? Ich hab 18. Sure. Ja, sofort. Hast du die aber vor uns im Inf noch? Nein. So, okay. Ah, nochmal 2. Ah, nochmal Fetzen. Wir sind ja basically ausgerüstet. Ja, ich würde nur gerne noch ein bisschen mehr Muni haben. Okay, aber wie viele Schildzellen will die mir da spielen? Also, wenn diese Map eine Sache wirklich hat, dann ist es Schildzellen. Aber, genug von den Dingern. Ach, das ist halt, ich habe einen Schuh. Nämlich halt 22. Den Selektfeuer brauche ich noch. Äh, ja, ich kann das jetzt nicht mehr so sehen. Da sind so, ich hab so viele Sachen gedippst. Okay, wir gehen, wir arbeiten das jetzt systematisch ab. Ach, erstmal nehmen wir uns den hin. Also, ich nehme mir diese Muni. Ganz bestimmt nicht die Schildzellen. Und dann gehen wir rein, holen wir uns nochmal Munition. Dann holen wir uns das hier und dann holen wir uns nochmal Munition. Und jetzt sind wir guter Dinger. Okay, wir können Fetzen. Vor mir. Mastiff. Ich brauche noch ein bisschen. Irgendwo da aufping. Weiß nicht genau wo. Jemand liked mein Holospein. Das ist ja insane. Naja, hab sie gefunden. Sind die oben drin oder sind die nicht oben drin? Ich hab keinen Jumppad und ich würde mal sagen, wo oben. Ah, sind die nicht oben drin. Na, ist jetzt noch, hat sein Ding gefällt. Ich push ihn mal außen rum. Geht über die Sipfick? Nein, 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 hat gefehlt. Ah, ne, er ist über... Er ist low auf Goldarmor. Wait. Aber ich bin ein Movement Bot, Krippel. Alter! Low. Von mir, der andere. Fast broke. Die hier neben mir braucht 317. Ja, meine braucht 132. Was ist passiert, dass wir 317 wiederholfen haben? Was ist passiert? Was ist passiert? ich habe nur so viel damit gemacht wie ich konnte hatte der blatter und hinter mir hat eine rote arme die aber kaputt ist also genau so wie ich kann sie nicht nehmen weil ich auch eine habe ich habe keine medkits ich habe nur eins oh time for another phoenix geteigert wieso pingst du mir nicht mit phoenix gete raus 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 so money die box passt we're swapping the wing when taking the wingman ich bin guter dinge wohin müssen wir wir gehen durch den bunker ich habe nur einen zweier heim und du auch die haben doch bestimmt oben haben die doch auch welche gekillt oder nein nein oben ist nichts ich gucke mich mal ganz kurz ein bisschen um nicht dass wir gleich richtig auf die fresse bekommen ich habe übrigens richtig glück gehabt dass der mich nicht dass er nicht abgämt sniper auf dem berg wahrscheinlich also würde über jetzt nur mein guess ich sehe nichts einfach kurz hierbleiben bitte ich möchte auch schuss beten also wenn es keine kreiber ist überlebe ich mein guess wäre es halt auch da oben er ist halt hinter uns nicht von hinten abgehend kann doch nicht sein du weißt nicht von was für einem radio ist das irgendwie max radius oder so nur wenn sie mich angucken und sniper kann er theoretisch übel weit wegstehen also ich sehe niemanden von bunker sind glaube ich welche ich glaube ich ich habe die sind ja ich check kurz die lage hier dass wir also mein gestes wenn er wirklich hinter uns war kommt er gleich und da ein team ist glaube ich oder mit doch wahrscheinlich die nächste die zwei nix die nächste solle hat das nun cool dann abgeamt werden nein also vom gleichen gegner ja ja das ist ob jetzt aber von different enemies nämlich mehrere angucken dann nicht und ich glaube wenn ich im kombat bezelt geht es auch nicht mehr im kombat glaube ich habe ich noch mal das ding zu aber hier links wie gesagt gucken weil wenn er hinter uns war dann kommt der aber so kommt keiner aber sieht nicht so aus ist zweiter so ja da was wo er in dem haus guck mal das links hier nicht noch was ist ich check mal hier durch brauchst du ne bett ich habe zwei ja ich auch die gehen am drop 100 ich bin weit hinter dir kommt da wieder ein drop eben repräsentiert das wäre ziemlich lustig ne so serious look at this i mean pay nicht too much attention weil da könnte ich durchkommen aber look at this der replikator kommt genau hier runter oder das same spot willst du die nein actually nein sicher ja 100 ich will das sehen lustig musst du nicht dass das hier auch geht auf dem berg ja da waren dass die da waren nicht einfach wirklich auf dem berg ja ich will nicht darunter ich brauche noch einen fucking skypeer saman du hast jetzt kabel und ja du hast er 400 jetzt erfüllen was hat er denn er irgendetwas für den mech 3 ich schätze mich hier haben hast du die müssen entweder den weg kommen ja ich könnte auch konten mit lang ja aber entweder den weg oder konten mit richtig die steppen in zeit für die kompüle jetzt kann ich hier nicht hoch für eine bessere pose wo feiten die denn gerade ja hier in dem ding andere rips habe ich am anfang schon einer ist gerade in der zone gestorben das ist halt so und drei das ist der andere auch der wird außen rum gehen der hat wahrscheinlich genug healing wir müssen schnell machen sind beide ist gerade gestorben ja so erfolgen hat es kennt von uns das kennen da ja hat und dann weil das ist der alleine der ist alleine der eine ist meldet ich habe ja kein winkel der eine bernst das ist einfach verpissen und aus was hatten die verarmung der pappen hatte körper der andere rot glaube ich also pappen und blatter und nicht dass die jetzt da hoch gehen ich meine das ist nicht in sohn aber trotzdem ich habe noch porten also theoretisch kann ich uns jetzt hätte ich halt schon wenn es jetzt hätte ich halt schon gerne hammer points weil also jump hat aber nicht so hoch der part der platte hat keine und mehr ich glaube nicht dass er die noch bekommt ich bin mir ich kann mir nicht zum vorstellen dass sie da können wir den drop aufmachen ich will aber ich will eine andere waffe dann war es gern gehen zum drop 53 50, purple. Broke. WTF? Keine Ahnung, hat wohl geleckt. Beide Broke Models. Oh, der ist locked. Low, low, low. Alter, ich dachte, wir verlieren das jetzt noch. Ich war halt wieder im Tunnel. Was ist mit dem Platon passiert, Alter? Der hat kurz geleckt, glaube ich. Oder ist kurz stehen geblieben. Warum auch immer. Sekunde einfach stehen bleiben, Alter. Ich kann dir das aus meiner Perspektive zeigen. Das sah voll lustig aus. Ich hab aus irgendeinem kurz aufgehört. Ich war bis wieder. Ich hab... Keine Ahnung, ich hab kurz aufgehört zu schießen. Ich weiß, wie das aussah. Ich hab's gesehen. Ja, easy. Ja, easy. Das war ja übelwirrt. Der bleibt einfach stehen, Alter. Yes, good, Sir. Na, ok.